Hey Bones, ich wollte dich gerade anrufen. Das Kind vom Karate-Lehrer hat ihn nicht umgebracht. Obwohl, sie das könnte. Deswegen bin ich nicht hier, Booth. Was gibt's denn? Wir müssen über Parker reden. Ich weiß. Er ist im Augenblick etwas komisch. Ich kümmere mich darum. Ich war gerade zu Hause und habe Beweise in seinem Zimmer gefunden. Beweise? Hör zu. Parker ist mein Sohn. Er ist kein Verdächtiger. Es macht mir keine Freude. Ehrlich nicht, Booth. Das fremgesteuerte Auto, das ihr gebaut habt, ist zerstört. Er hat einen meiner Laborkindel gestohlen und Fotos. Das eine, das dir so gut gefällt von Christine und mir. Ja? Er hat den Rahmen auseinandergenommen und das Bild fehlt. Es tut mir leid, aber wir haben meine Tochter an die gedenken müssen. Weißt du, ich... ich habe so selten Gelegenheit, Parker zu sehen. Ich kümmere mich darum. Doch, das mache ich. Also gut. Ich werde wieder ins Labor gehen und dabei helfen, die Waffe zu bestimmen. Bons, ich kriege das hin, ja. Na klar. Bons, ich kriege das hin, ja. Ja, das ist kein pressure. Ja, das ist che EL- Bons, ich koinbaron okay alles hin, ja. Und ja. Ich kriege das hin. Ich arbebo iş. Ich kann dich das hin. Ja. Ich bin Planet.